Ich brauche dringend die Hilfe von allen LS22-Spielern, denn ich möchte gerne einen neuen Singleplayer-Spielstand starten, aber ich kann mich einfach nicht für eine Map entscheiden. Schreib doch mal in die Kommentare, welche Map du mir empfehlen würdest und warum und vielleicht hilfst du da mit mir und vielen anderen beim Start eines neuen Hofes.